... der Kandidat sein. Die letzten beiden werden herangeführt. San Martien, die Programm Nummer 8, ist drin. Wir warten noch auf Irish Valley, die 7. Dann sind alle in Position. Jetzt sind alle startklar. Und das dritte Rennpreis der Haner Felsenquelle jetzt gestartet. San Martien an der Außenseite geht gleich an die Spitze. Dabei weiter innen die Farben von Bora Rock zu sehen. Chinggis Secret an den Rails. Außen zeigt sich Irish Valley. Jetzt rückt aber auch Joker weiter vor. So sind sie zum ersten Mal vor den Tribünen. Geht in die Schlussrunde hinein. San Martien an der Innenseite jetzt vorn. Außen Joker an zweiter Position. Dahinter in dritter Stellung. Innen weiterhin Chinggis Secret. Außen Irish Valley zwischen beiden Bora Rock. Und hinten im Feld zeigen sich zunächst mal Alter Rail. Und an der Innenseite Led Zeppelin. So geht es in guter Fahrt hier die Kastanienallee hinunter. Außen hat Joker einen halbenlängen Halsvorteil. Vor innen liegend San Martien. Dahinter Bora Rock in Begleitung außen von Irish Valley. Dann auf dem nächsten Rang. An der Innenseite ist Chinggis Secret weiterhin gut dabei. Vor Red Zeppelin und am Schluss des Feldes Alter Rail. Außen knapp davor. Aber die beiden sind kaum zu trennen. So geht es auf Ende gegenüber bereits zu. Und San Martien an der Innenseite führt mit Joker außen daneben. Dahinter zeigt sich jetzt auch Irish Valley. Weiter nach vorn orientiert. An dritter Position. Chinggis Secret das vierte Pferd vor Bora Rock. Dann an der Innenseite Red Zeppelin und Schlusslicht weiterhin Alter Rail. So geht es in Kürze den Berg hinauf. Und dann der Spitze liegt an der Innenseite San Martien. Aber außen wieder Joker. Gleich auf. An dritter Stelle Irish Valley mit Chinggis Secret. Ganz dicht zusammen sind sie hier den Berg hinauf unterwegs. Auch Bora Rock lässt sich da alles andere als abschütteln. Dahinter sehen wir, dass Alter Rail jetzt ein bisschen geschoben wird. Und knapp hinter Red Zeppelin an letzter Position liegt. Das geht in den Schlussbogen nun hinein. Und vorne immer noch San Martien an der Innenseite. Außen versucht sich bisher mit der Programm Nummer 5 Joker zweifellos hier an der Stute Innenliegen vorbeizukommen. Aber er schafft es noch nicht. Immer noch legt San Martien zu. Joker dahinter versucht es. Dann kommt jetzt Chinggis Secret besser in die Partie. Bora Rock an vierter Stelle. Wird außen von Irish Valley überholt. Und jetzt kommt hier Chinggis Secret mit der Attacke auf die Führung. Da ist immer noch San Martien in vorn. Aber Chinggis Secret mit Martin Seidel wird immer stärker. Übernimmt die Führung. 200 Meter vor dem Ziel waren wir. Und Chinggis Secret ist vorn. Die letzten 100 stehen jetzt gleich an. Chinggis Secret macht sich frei. Gewinnt deutlich das dritte Rennen. Vor San Martien. Dahinter ist es Joker. Dahinter Alter Rail. Dann Irish Valley. Und schließlich Red Zeppelin vor Bora Rock. Und schließlich Red Zeppelin vor dem Ziel war. Und schließlich Red Zeppelin vor dem Ziel war. Quelle siegte mit der Programm Nummer 2 der Soldier Hollow Zone Chinggis Secret. Auf dem zweiten Platz die 8 San Marcia und dritter im Ziel die 5 Joker vor der 1 Alter Rail. 2-8-5. Ein Sieg also für Horst Putwills Chinggis Secret von Martin Seidel hier geritten und Trainer des Siegers ist Markus Klug. 2-8-5. 2-8-5.